OM TAN VAN TRI DE VAI NAMAHA Boah sind wir gut! Also OM TAN VAN TRI DE VAI NAMAHA OM TAN VAN TRI OM TAN VAN TRI OM TAN VAN TRI OM TAN VAN TRI DE VAI NAMAHA OM TAN VAN TRI DE VAI NAMAHA OM TAN VAN TRI DE VAI NAMAHA Weißt du was? Du sprichst und ich bewege meinen Mund dazu und dann tun wir so als wieder ich spreche Nein, wir sind im richtigen Video, das ist kein Musicalry OM TAN VAN TRI DE VAI NAMAHA OM TAM VAN TRI DE VAI NAMAHA 1 und noch ein OM TAN VAN TRI DE VAI NAMAHA OM TAN VAN TRI DE VAI NAMAHA Nein ... OM TAN VAN TRI OM TAN VAN TRI DE VAI NAMAHA Das irgendwann schon super OM TAN zrobnis Das ist ein bisschen verwahrtackig genug. Das ist ein bisschen undeutlich. Super! Drei, zwei, eins. Ich kann Falschen sagen. Nochmal. Boah, sind wir gut! Begrüßung. Hi! Wir sind gut. Tanvantari ist der Gott des Ayurveda. In seinen vier Händen hält er die Utensilien für die Erhaltung und für die Heilung. Nämlich die Muschel, das Rad, den Blutegel und ein Gefäß gefüllt mit dem Nektar der Unsterblichkeit. Also heilende Klänge, Heilenergie, heilendes Essen, Gewürze, Kräuter und so weiter. Sein Kopf leuchtet rundherum lieblich in einem feinen, sehr, sehr reinen Lichtglanz. Seine Augen sind wie Lotusblüten. Sein Körper ist schön wie eine schwarze Wolke. Er ist reichlich gekleidet in einem lieblichen goldenen Gewand, das auf der Hüfte kitzert. Sein Spiel ist ein mächtiges Feuer für den Wald, mitten im Wald aller Krankheiten. Sein Spiel ist ein feines Bewerf. Sein Spiel ist ein feines Blutegel. Sein Spiel ist ein feines Wettel. Sein Spiel ist ein feines Wettel. Sein Spiel ist ein feines Wettel. Aus der Hüfte ist ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao!